Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo Video. Es geht weiter mit unseren Top 5 Listen. Heute die 5 schönsten Felgen für den BMW E39. Ja, viele haben auf so ein Video gewartet. Dabei handelt es sich natürlich um unseren Geschmack und es war schwer eine perfekte Auswahl zu treffen. Natürlich gibt es noch viele weitere schöne Felgen für den E39. Doch haben wir unser Augenmerk nicht ausschließlich auf das Design, sondern auch auf die Qualität und das Gewicht gelegt. Seid also nicht traurig, wenn die Liste nicht mit eurer eigenen subjektiven Wahrnehmung übereinstimmt. Wir wollen damit keineswegs sagen, dass alle anderen Felgen schlecht sind. Wichtig anzumerken ist, dass man bei manchen Felgen auf den Nabendurchmesser achten muss und diesen gegebenenfalls umbauen muss oder mit Adaptern fahren muss. Da der E39 als einziger BMW der Neuzeit einen anderen Nabendurchmesser hat. Wir werden versuchen immer aktuelle Links zu den genannten Felgen in die Videobeschreibung zu stellen, damit ihr nicht lange suchen müsst. Genug gequasselt, los geht's! Kommen wir zum Platz Nummer 5 Styling 128 Beginnen wir mit Original-BMW-Felgen des Nachfolgers BMW E60. Die Felgen fügen sich perfekt in das Modern-Era-Design von BMW ein und runden dieses noch perfekt ab. Die Felgen sind mit ca. 13 Kilo pro Felge für 19 Zöller im mittleren bis leicht höheren Gewichtsbereich. Qualitativ jedoch sehr hochwertig. Platz Nummer 4 BBS Lemons Oder kurz gesagt BBS LM. Was soll man dazu noch viel sagen? Hammergeile Optik, die sich perfekt in das Bild des E30 einfügt. Dazu noch sehr leicht und qualitativ BBS-typisch sehr hochwertig. Bis zum nächsten Mal. Dessen sich gleich! Du bist ein wirklich genannten chapüs нас. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Platz Nummer 3 Wieder einmal BBS-Felgen, dieses Mal sind es die BBS-RS. Diese haben zwar etwas mehr Oldschool-Charme, doch passen sie trotzdem perfekt zu den Rundungen des E39, sind qualitativ hochwertig und sehr leicht. Platz Nummer 2 OZ Futura Ja, auch beim E39 machen die OZ Futuras eine grandiose Figur. Das Tiefbett, die Speichenanordnung, die Qualität, alles passt wie Arsch auf Eimer zu einem E39. Wenn man etwas mehr in Richtung Oldschool-Design mit einem modern geformten BMW gehen möchte. Platz Nummer 1 Unser absoluter All-Time-Favorite auf dem BMW E39 sind die Classic-Felgen in 19 Zoll aus dem Hause Alpina. Beim Design hat Alpina echt perfekte Sahnestücke entwickelt, die sich absolut perfekt in die Designsprache des BMW E39 einfügen. Noch dazu qualitativ absolut on top. Ein Traum von Felge. Findet ihr die Alpina auch absolut traumhaft, stimmt jetzt oben rechts in der Infokarte ab. So Freunde, das war's mit dem Bavmo Video für heute. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Doch jetzt seid ihr gefragt, was sind eure Top 5 Felgen für den BMW E39? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vergesst auch nicht immer wieder vorbeizuschauen, um die Links zu den Felgen abzuchecken. Vielen Dank fürs Zusehen. Eure Bavmo Crew Bis dann! Bis dahin! Bis zum nächsten Mal.